Oh verdammt! Cora! Komm schon! Warum bist du langsamer als da rechts? Ah, geht doch! So, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh Gott, alles tote Menschen hier. Ich sehe tote Menschen überall. Ah ja, schneid mich mal, genau. Frisier mich mal. Ich kann nicht. Kann man nur sich selber, weil man keinen Friendly Fire Damage machen kann. Nee. Aber ich konnte ihn doch auch frisieren. Ja. Ich darf nicht. Mich auch. Ist manchmal so ein bisschen buggy vielleicht. Ich will irgendwie... Lebst du noch? Du stichst mir voll in die Brustwarze mit der Schere. Bei mir steche ich genau in dein Auge. Blödes Vieh. Geh weg. Ich darf nicht jetzt, Alter. Der Rex ist da hinten, na toll. Nippelamputation. Oh Gott, mein Apfel ist weg. Scheiße. So, ähm. Ach, Blut. Blattdecks. Das ist kackviel. Sind glaube ich hier oben noch. Dann hau rein in die Station. Denkt dran, dass da auch noch irgendwo mein Zeug ist. Versucht das mal zu finden. Da habe ich glaube ich noch so ein paar Sachen drin, die vielleicht nicht so uninteressant wären. Ich würde irgendwie gerne Ritzi wieder helfen. Haben wir irgendwo einen Rüstungsschrank eigentlich? Ja, ganz links glaube ich. Äh, Lea, du kannst es versuchen, aber... Wir könnten jetzt versuchen, mit einem Floß hinterher zu kommen, ja. Äh, ich brauche noch eine neue Rüstung. Ich fühle mich ein bisschen alleine hier. Bist ja auch alleine. Ja, deswegen. Aber ich kann mich wieder anziehen, zumindest. Ich starte mich jetzt erstmal wieder mit dem Nötigsten aus. Ich weiß jetzt nicht, wo Spiegel gestorben ist. Da, wo der Rex gebrüllt hat. Ich sehe hier Eier. Ja, da, wo die Eier sind in der Nähe auf jeden Fall. Hier ist ein Velociraptor gestorben. Man muss doch hier... Ach, ich kann hier nicht absteigen, wenn da das Viech ist. Oh, sehr gut. Die Chemistry Bench ist jetzt betriebsbereit. Perfeeelt. Soll ich einen Rex mitbringen vielleicht? Dass wir die Viecher mal wegkriegen. Man kann übrigens auch. Ich hab Spiegel das Zeug gefunden. Für dich noch mal als kleiner Tipp, so als Ästhetik-Tipp. Nein! Wenn du mal ganz kurz hier reinkommen möchtest. Nein, ich will keine Halluzination, du Kackvie! Du kannst, wenn du hier bei den Dingern E gedrückt willst, das Verstecken mit den Sparks und so, weil dann ist das nicht so nervig. Oh nein, ich werde sterben. Nein, bitte nicht. Dass wir beide jetzt noch die Newtie versuchen, so schnell es geht. Mit was können wir denn da jetzt eigentlich hin? Was haben wir denn hier jetzt noch? Ich kann mich nicht gegenheilen, scheiße. Wir haben Arme und normale Fleischbilder. Ne, ich meine welche Tiere wir jetzt mitnehmen. Ach so. Vorne, ich stand doch nicht. Rex und Iguanodorn. Haben wir noch einen Iguanodorn? Oder Raptor? Hier, du kannst auch einen Raptor nehmen. Das ist wirklich wie diese Hallupilze in Aberration. Oh mein Gott, das ist echt krass. Wenn man vom Monolophosaurus... Das ist nicht gut. Ich bin jetzt gleich auch tot. Oh nein, das ist natürlich scheiße, aber es ist irgendwie trotzdem witzig, dass er das kann. Kann ich einen Sleeping Bag machen? Ja, ich kann sleeping bag ganz schnell! Nee, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Warte mal, ich nehme noch Werkzeug mit. Oh, der T-Rex ist tot. Aber nicht der, oder? Ich weiß es nicht, ich sehe gerade gar nichts. Es ist alles pink und leuchtet. Also Schlafsack kann ich hier schon hinlegen, oder? Ja. Gut. Okay. Ja, noch 26 HP. Ich sehe bunte Dinger, ich laufe jetzt. Hast du eine Long-Rex, wie wer? Nee. Ist hier noch eine drin? Nee, ne? Ich glaube, es ist nah. Okay, ich habe eine, dann musst du auf den Rex. Ich glaube, unsere war hier hinten. Der lebt noch. Ja, warte, ich will mir doch schnell eine Axt machen. Ich sehe nichts. Es ist immer noch alles so komisch. Hast du einen Bogen oder sowas? Boah, mein Raptor hat auch Hallus gehabt gerade. Hier ist noch einer drin. Ich habe einen. Beide nehme ich auch mit. Ja, der ist. Nehmt ihr noch die Hälfte der Köder mit? Weiß ich, weiß es nicht, ob er das ist. Ja. Axt. Das ist 85er, okay, das ist er nicht. Haben wir, die Bates hast du jetzt, ne? Die Köder. Ja, unsere lebt noch wirklich. Ja. Unser T-Rex lebt noch, also der ungetamte hier. Echt? Der andere ist gestorben. Ja, der bei den Nachtschatten ist tot. Oh nein. Nein. Okay. Leute, wir haben noch eine Chance. RIP kann ich da mal sagen. RIP. Aber es sieht hier wahrscheinlich auch nicht so viel besser aus. Ich komme jetzt mit dem Rex, dann kann ich da ein bisschen was machen. Ja, wir müssen los. Vorne ist der Rex. Warte, ich brauche noch ein bisschen Fleisch, das ist ja da vorne. Ja, genau. Geh du zu meinem Rex zum Raft. Ich geh schon los. Rex zum Raft. Plus. Haben wir noch einen Raft hier eigentlich irgendwo? Müsste. Ich habe jetzt das eine mitgenommen, was vorne noch stand. Nein, da kommt der nächste Rex schon wieder. Okay. Dann haben wir keins mehr, dann brauchen wir eins. Aha. Ich brauche euch eins, bitte. Sollen wir jetzt, Moment, gehen wir jetzt zu dir, zum Mew Tyrannos? Ne. Lea kommt noch zu Ritzi. Lea kommt zu Ritzi und wir gehen zum Mew Tyrannos, das war die Idee. Genau. Was ist hier? Oh Gott, die Kombis hier. Jurassic Park-Kombis habe ich auch gerade hier gehabt. Aber ganz viele. Ja. So, ich crafte dann auch eben schnell einen Raft. Der Rex hat abgelassen. Ach, da kommt ein Raptor. Ich bin gleich da. Mach mal die ganzen Kombis hier weg, ey. Wusch, geh weg. Den Digger hier mache ich auch mal weg. Warte, kann ich... Ne, ich kann von... Oh, scheiß Raptor, ey. Okay, das will ich nicht. Kann ich vom... Ne, ich kann vom Pahau nicht punchiessen. Ey, du trinken. Kann ich vom Monolof, blablabla, blablabla? Ach, scheiße, ich habe vergessen, dass ich von Spielers Reiche noch mehr mitnehmen wollte. Ja, super. Bis sich der Monolofo geholt hat. Können wir nochmal zurück. Nein, 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 nein. Nicht da hin. So, jetzt muss ich dich finden. Ja, wunderschön. Aufsteigen. Oh Gott. Das sind so Momente, in denen ich echt, ist echt schade finde, dass ich nicht nebenher jetzt streamen kann, weil sonst alles rumwacht. Holy shit. Schade, schade. So, wenn wir effizienter sein wollen, dann sollten wir Channel wechseln. Ja, theoretisch schon. Theoretisch schon, ja. Aber ich würde trotzdem gerne jetzt mitkriegen, tatsächlich parallel, wie das bei den anderen beiden läuft. Okay. Weiße. Sehr gut. Da sind die Arme. Schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Finde ich auch. Okay. Das ist alles weg. Spiel wäre Stripe, hat einfach mal falsche Dinos gezählt. Um schnell rumzukommen, wäre ein Baryonyx oder ein Spino hilfreich, weil man da schnell schwimmen kann. Zwei Faktoren behindern uns dabei. Erstens, wir haben jetzt hier in der letzten Zeit keine Spinos gefunden, die wir hätten zählen können. Guck mal nach links. Ja gut, da, okay, jetzt gerade, ja, okay. Jetzt gerade ist einer da, toll, bringt uns aber vorher nichts. Und wir hatten bis vor kurzem auch nicht genug Trophy Baits, um da so viel zu machen. Wir mussten uns die Trophy Baits jetzt halt auch ein bisschen einteilen. Wichtig war jetzt erstmal, dass wir überhaupt erstmal Tiere haben, die austeilen können, bevor wir jetzt irgendwie noch uns spezialisieren werden. Ja, du bist unterwegs, ne? Ja. Aber natürlich stimmt das schon, dass wir auch demnächst mal ein Spino machen sollten. Das war ein bisschen schneller gewesen. Allerdings weiß ich nicht, ob die Jurassic Park Spinos auch diesen Speedbuff haben im Wasser. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wo bist du jetzt? Wie war, wie ist da die Position? Ich bin quasi noch am Anfang, wo wir alle gestorben sind. Genau, weißt du noch ungefähr, wo der war? Ja, ich bin halt von der anderen Seite jetzt gekommen. Weiß ich nicht mehr. 20.40 meine ich gerade, ja. Es wird gleich nochmal angezeigt. Also ich bin jetzt gerade etwa bei 60.60 oder so. 65.60. Ja, ich hab ein Radio. Nee, hab ich nicht, scheiße. Das ist ja wieder verloren. Ja, das liegt hier hinten. Das ist ja, ich bin ja gestorben damit. Scheiße. Ja, ich hab auch keins. Da müsst ihr uns das gleich mal durchgeben. Ja, wenn ich es wieder sehe, sage ich Bescheid. Ich meine, dass... Der war vorhin nochmal da, aber ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr sehen. Also den Rex sehe ich jetzt. Nein, dass er bei 20.50 gespawn ist. Den Rex? Ja, jetzt sehe ich meine Tasche. Guck mal hier. Äh, ja. Kommst du von der Rexseite? Sehr gut. Keine Ahnung, wie das... Ah, der Rex ist hier! Oh Gott, was ist das denn schon wieder für ein Vieh? Ja, hier links direkt sollte er dann sein, wenn er wirklich bei 20.50 ist. Aussteigen. 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 Ah, du bist mit dem Rex hier auch. Ja. Oh ja, schön. So. Jetzt muss ich noch meine Sachen schnell einsammeln. Da hinten ist sonst noch ein bisschen was von Spielbeer-Zeug. Scheiße, dir ist kalt. Ja, wir müssen das schnell machen. Ja, und zwar sehr schnell. Das ist hier wirklich kälter als kalt. Dein Zeug siehst du ja irgendwie, ne? Ja, hab ich. Wenn du einen Pinguin siehst, sag mal Bescheid. Oh, hier ist tatsächlich einer, der gerade von Powerborder hat. Ich hab auch Spielbeers drei Schuss mitgenommen. Okay. Wegen Organik, Polymer und so'n Spaß, ne? Muss man auch mal mitnehmen. Ist das ein New Tyrannos gewesen? Äh, der Rex kommt? Ja, das ist er. Ah, er hat keine Wolke mehr. Ich glaub, der braucht ein neues... Äh, doch, doch, der ist noch rot. Äh, Shado, wie weit... Ja? Ah, ja, okay, jetzt seh ich's auch wieder. Ich bin schon sehr, sehr weit weg von dir. Oh, oh. Komm mal, ich nicht hin. Kommt, hier ist, ähm... Bist du am Strand lang? Nein, ich bin nicht mehr am Strand lang. Lea? Lea? Ja? Das ist ein Baby-Ziller. Oh nein. Es hat mich angeschrien. Oh Gott, lauft. Ja, echt? Ziller-Baby. Ah, nein, die geht's lauf. Also, wenn du, wenn du kannst, du kannst dich um den Rex kümmern. Ich hab Ziller-Baby. Okay. Ja, Locus-Fax. Ey, Lutila ist 20,50. 20,50. Warum ist denn hier ein Ultimasaurus jetzt? Äh, Moment. Wir sind jetzt bei... Was ist hier los? Okay, jetzt accepte der Bait. Ja, ich bin so ziemlich genau bei 20,50 Grad. Ja, dann guck ich um. Accepted Bait? Also, hast du genug Trauer geschossen? Oh, Pinguin! Okay, also ist er grün? Blau? Blau. Blau. Oh, hier sind ganz viele Zillobiten. Baby-Ziller, komm, nimm dir die Brachios. Ah! Wir müssen die Viecher ausnehmen, wir müssen sie töten. Das ist so gruselig, das heißt, B. Es ist wie ein kleiner Reaper. Na. Und er kann brüllen wie ein Reaper. Ich mag das mal. Ich glaube, ich hab ihn abgehangen. Nimm's mir nicht übel, wenn ich jetzt hier ab und zu auch mal... Oh Gott, hier ist wieder so ne... Warte mal, ich glaube, ich seh einen Jutyrannos. Ja, aber da sind wahrscheinlich wieder 100 von den Glacialisaurier. Ja, viele, aber keine 100. Ja, hast du das gemacht? Hast du auf ihn geschossen, den Reaktion, oder hast du ihn gebissen? Ah, sehr gut. Wo ist der Trilobit? Ne, der Jutyrannos, hier ist ne Level 50, zwischen den ganzen... Oh, fuf, 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 fuf. Hat denn jetzt hier der Trilobit, den ich grad geschmeckt habe? Ah, die fliegen natürlich zwischen den Glacialisauriern. Ja, vielleicht fliegen wir ihn ja doch noch. Da ist ein Kairoko, ein kleiner Mini-Kairoko hier direkt. Ähm, ja gut, hier ist alles. Ah, oh Gott! Ist ja nur offen, dass wir nicht gestört werden. Du bist noch nackt. Dann zeig auch kaputt alles. Ah, ich bin wieder nackt. Ja, es ist alles wirklich egal. Ja, stimmt, irgendwo hier in der Nähe ist ein Jutyrannos. Der hat grad geschoben. Ja, hier sind mehrere Jutyrannos. Der ist auch nur Level 50. Ich würde ja gerne mal hier den Pinguin ausnehmen, verdammt scheiße. Noch ein Jutyrannos? Kannst du dir irgendwie Heidristung machen? Ja. Level 20. Das ist das hier, hallo? Also, alle sterben jetzt hier von den hässlichen Glatschisauriern. Ähm, sterben? Ihr sollt sterben? Hallo? Sterben? Schönen grün, Alex. Jetzt sterben alle. Die wollen nicht. Die weigern sich hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Krampf gewesen gerade, ey? Mit so einem fast toten Raptor. Ich war auch fast tot mit 26 HP. Da kommen da überall irgendwelche Scheißviecher. Und dann ist man auch noch unter Drogen. Ja, ich kenne das Gefühl. Also, dass irgendwelche Scheißviecher kommen. Nicht das mit den Drogen. Bevor hier wieder falsche Vermutungen aufkommen. Ich meine die Hallo-Drogen, ne? Hallus. Nicht hier, ne? Da gibt es übrigens noch einen Yu-Tyrannus jetzt, glaube ich. 25, 55. Ey, ich habe hier so alle Hände voll zu tun. Das ist, glaube ich, direkt nebeneinander. Ich komme hier gerade. Oh Gott, mein Tino ist für 20 Sekunden geskehrt von einmal schreiend von einem Yu-Tyrannus. Ja, ne? Krass. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Hast du die Rare Sighting schon gefunden? Nein, hier sind aber sehr, sehr viele Yu-Tyrannus. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Scheiß Clutchisaurier, ey. Das ist so nervig. Verpiss dich. Er ist bei 59% jetzt. Alter, ich kann halt nicht mal auf die Map gucken. Ich will nicht wieder einen Raptor haben. Ja, das ist echt kacke, dass du auf dem Raptor nichts in die Hand nehmen kannst. Ja, kommt vielleicht nochmal ein Update irgendwann. Ähm, 50. Ja, ich bin jetzt hier. Hier hinten ist ein Yu-Tyrannus. Aber das Problem ist... Hast du kein kleines Glas? Also 25, 55 ist ein Orangener. Stimmt. Aber den Rex kann er ja nicht scannen. Oder kann er den Rex scannen? Ach, er braucht halt nur ein bisschen, glaube ich. Es ist keine Rare Sighting hier. Oh Gott, er kommt auf mich zu. Er will mich essen. Diga auch. Ich muss die alle töten hier. Ja, hau rein. Alles töten, alles töten, alles töten. Hier sind 130er Theri. Der ist jetzt so mal ein bisschen weit weg. Meine Fresse, ey, sterbt. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir haben nur noch 15 Minuten. Nee, 25. Du hast den Stream wieder früher angemacht wahrscheinlich. Ja. Nein, aber der Stream, wir waren doch nicht auf dem Server in der Zeit. Ja. Wir haben doch erst pünktlich auf dem Server angefangen. Aber das ist... Wir haben 17.35 Uhr und da rechnest du jetzt mal hoch auf 18. Ach so, ja, ja, okay. Ja, ja, ich weiß was. Ja, 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 ja. Das ist halt verwirrend. Der Rex ist gleich fertig. Naja, das ist nicht Mathe, das ist, dass ich die falsche Zahl angucke. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nice! Wunderbar. Das war gleich, äh, jetzt reinpacken, so ein bisschen schnell. Ja, ja, das verstehen wir so schnell wie ihr könnt. Okay, ähm. Jetzt müssen wir das nur noch hinkriegen, ja. Ja. Puff, okay. So, auf nach Hause. Echt? Auf geht's. Ja, erstmal, pass dich. Ach, er folgt mir, okay. Wenigstens war, äh, sterbe ich hier gerade nicht mehr wegen der Kerze. Wo ist in der Richtung war eins? Weil du warst auf der anderen Seite angelegt, ne? Ja, genau, da muss man halt nicht so weit fahren, weißt du? Er ist kürzer? Ja, er ist viel kürzer. Okay, nehmen wir das. Ich glaube, das andere ist auch angeknackt. Und da sind Kapros und so ein Schweres. Ich hab auch keine Ahnung, wo Shadow gerade langläuft. Ich laufe hier im Schnee rum und... Ja, das ist mir klar, aber wo genau? Ja, weiter im Landesinneren. Rechts hoch? Ja. Also einmal hier durch dieses Redwood-Dings da durch und dann auf der anderen Seite ist das Floß. Wo hat sich denn der Rex hier zu hart? Komm mit. Ist er das hier? Also oben ist ein Smokey-Utyranus und ein Orangener-Utyranus sind da. Der ist auch nicht der Gehtotten. Ja, die sind halt alle nur Level 50, so. Die ich gefunden hab. Ja, ich hab mit meinem Raptor ist das nicht gut. Gerne. Wo lang jetzt? Ähm, warte. Links? Ähm, ein bisschen rechts halten eher. Ich würde jetzt hier Trilobiten und Pinguine. Ich hab halt hier noch. Ich glaub, ich hab einen. Hast du? Hast du? Ich hab einen. Kannst du mir deine Koordinaten geben? Warte, ich komm gleich wieder zum Strand und dann bring ich dich hin. Und dann bin ich quasi angelandet. Ja, ich versuche anzulaufen. Das dauert aber ein bisschen. Nein, mein Raptor. Wie wir es jetzt doch noch geschafft haben, den Herr Sighting Rex zu trinken. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Genial. Zwar nicht den, den wir erst haben wollten, aber gut. Mein, da hin, blöder Raptor. Blöder U-Tyrannus hier. Stirb. Hier läuft ne Ratte rum. Ja, der bin ich einfach schon vorbeigetragen. Redcar, 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 Redcar. Ja. Echt? Diese Kiecher, ey. Oh, mein Rex ist überladen. Moment, ich muss mal ganz schnell. Wo bist denn du jetzt? Bist du schon am Strand? Naja, ich arbeite dran, ich arbeite dran, zu dir zu kommen. Es dauert halt. Ich bin auf der anderen Seite gewesen schon. Nein, jetzt hab ich Polymer weggeschmissen. Scheiße. Ist grad nicht so wichtig. Hier, oder? Ja, ich grad da so will. Da bin ich hochgegangen. Da ist noch ein Gigas, glaube ich. Durchzukommen zum Strand. Ich seh den Strand schon von oben. Musst man bis jetzt Damina laden, dass ich den hier gleich wegbeißen kann. Mhm. Ich hab's gleich geschafft, ich hab's gleich geschafft. Bist du, du bist aber... Ah, ich seh dich, ich seh dich. Wir müssen schnell nach Hause kommen jetzt. Stopp, stopp, stopp. Ja, 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 ja. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Folge mir. Ja, ich komm mal. Du warst schon auf dem richtigen Weg. Denk an meinen Wendekreis, ne? Ich bin nicht so schnell. Ja, ja. Ich seh ihn da hinten schon, glaube ich. Achtung, kannst du mal eben beißen. Ja, ich beiße. Das kann einen Moment dauern. Bei der Rest hier, der braucht ein bisschen... Eigentlich kann ich ihn mal auf Neutral stellen, dann kann er ein bisschen helfen. Ja, äh, warte, ich soll mir mal eben... Wenn er nicht grünen würde. Gleich, das soll das ja... Ja, reichlich. So, und jetzt mitkommen. Mitkommen. So, hier müsste irgendwo das Floß sein. Okay, 20 Minuten haben wir noch. Jetzt hab ich die richtige Zahl im Auge. Warte, hier vor uns ist schon einer. Der ist... Ja, der ist es. Trägenau. Ah, der kommt auf mich. Noch einer? Scheiße. Noch einer? Ja, naja, wir waren zu nah dran. Ich hab ihn nicht gesehen. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht weglaufen vor dem. Der ist schneller als ich. Ja, ich muss... Warte, ich muss Akku ziehen. In der Richtung, oder? Äh, ich glaube schon... Der will mich, verdammte Scheiße. Vielleicht kann ich ihn im Wasser abhängen, oder? Ja, das ist gut. Macht er denn den Vieh scharf? Naja, es geht, aber auf Dauer, ne? Ich glaube, ich seh's sogar. Ja, da vorne ist es. Ja! Kann ich hier nicht irgendwie so zwischen den Bäumen vielleicht? Nee! Du musst nur einmal... Kriegen wir irgendwie da drauf, alles. Irgendwie geht das schon. Ein bisschen kuscheln, ich hab das. Versuch zu tauchen. Ja, okay. Also, er steht schon... Wow!